Hallo und herzlich willkommen zurück, hier bei Kingdom Hearts 1.5 Final Mix. Oh yeah, wir sind hier in der schönen Welt von Jack's Game Town, also wie heißt die Welt nochmal? Ich hab keine Ahnung, Halloween Town, genau. Ich wollte Twilight Town sagen gerade. Ich persönlich kenne die Welt und selbst den Film nicht. Ich weiß, ich hätte eigentlich nachgucken können, wann der rauskam und so. Ich hab echt keine Ahnung, wo hab ich noch nichts gehört. Die machen aber auch ganz guten Schaden gegen dich, diese Mumien. Aber was müssen wir jetzt machen? Wohin? Achso, wir mussten dahin gehen, wo wir Dings da gefunden haben. Was? Aua. Alice. Alice? Ja, nicht Alice. Ich meinte Sally. Sally, genau. Alice. Ja, ey, geh weg mit Alice im Wunderland, bitte. Aber die ist hübsch. Ja, dagegen sag ich nichts. Ich hab dir gesagt noch was gegen die Welt. Jealous. Sie ist jealous. Warte, warte, warte. 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 springen korrekt steht zu diesem von der katke sehen das muss als nächster benutzen es macht so viel schaden einfach genommen das wird er so wie mich der eine typ im LL Wunderland genommen hat weiß noch die die ich finde die herzen hier sind cool aus gefallen mir persönlich was machen diese blauen kugeln? MP, ne? achso untersuchen das war cool sag dass es cool war das war cool hast du den Bürgermeister? nein du musst jetzt gegen kämpfen, er ist ein Boss ne? ist er eh nicht doch ist er nicht bei den Grabsteinen erscheinen Geister untersucht die Grabsteine in der Reihenfolge in der die Geister erscheinen komm mir gesicht an meine Zeilen von Geistern wenn ihr euch ehrt, erlebt ihr eine Überraschung was soll ich machen? du musst die Geistern wo kommt jetzt? hä? du musst jetzt die Reihenfolge machen ich hab voll nicht drauf geachtet gerade ich auch nicht ich hab voll nicht drauf geachtet ich drück schnell 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 ah da ok ich spiel mir das da 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 ok das drück drück ach drück das und das und der da hinten rechts da 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 hervorragend schaut mir meine Korbis Korbis mhm bitte was cooles überraschung überraschung erhalten was soll das sein? da von Bürgermeister erhalten wir überraschung eine Zutat zur Herstellung von Herzen ach muss ich das diesem komischen Typen geben der im Rollstuhl sitzt ja der immer sein Gehirn anfasst ach ist das ecklich leid und was ist hier jetzt? nein nicht diese Geisterviecher die kannst du schlagen bring sie um bevor er sich in Stein verwandelt bitte toll aber der gibt voll viele der gibt 90 oder so 96 war das der Tomahawk ein ach zu spät toll toll der andere ist wieder entsteint entsteint dann schon dein ernst? oh mein Gott alter ist das langweilig aber ich will die töten die haben sehr viel die haben sehr viel das sollte dich heilen hinter 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 wie seh bitte den Typen an alter oooohh der da 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 vor mir genau der nicht der der nein nicht der aber man der genau der einer ist der andere ist wieder entsklavt entsklavt alter wie viel schaden die uns machen oooohh schlag ihn ja endlich jetzt nur noch einer wie fühlst du dich he alleine zu kämpfen also sie sich jetzt zurück verwandeln und zwar jetzt die haben so wenig Leben aber trotzdem echt warte Donald hat ja mehr AP jetzt äh 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 9 9 10 10 12 12 12 12 13 13 14 12 14 12 13 15 15 15 16 Sonst keine Tore oder so? Kann das sein, dass Gravitas mir nie irgendwas antut? Nein, das greift doch auch die da an. Ach, das war von Jack, oder was? Dachtest du, die machen das gegen dich, oder was? Ja. Boah, er meinte... Du hast den Kürbis an, wieso? Das weißt du, oder? Nein, bleib hier! Diese Gegner regen mich schon, müssen aufhören. Ja, also mich langsam auch. Warum kommen die mal wieder, eh? Alles klar, jetzt mal aufhören. Das ist ein Friedhof, die sterben und kommen wieder. So obvious, oder? Da hab ich keinen Bock auf die. So obvious. Spaß, man. Die da geben so 17 oder so, ne? Ich auch ganz... 16. Das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Wo muss ich jetzt hin? Zum Doktor, eigentlich. Ach so, zurück einfach. Ja, aber ich dachte, die wäre eine Truhe oder so. Ne, die kommen ja immer wieder hin, ne, tschüss. Ne. Wie bin ich hierher gekommen? Hey, da ist noch ein Weg gewesen. Wo, wo? Wo denn? Da. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Weg ist, aber es sieht so aus. Da. RIP. Tatsächlich, ey. Ach, wir sind wieder hier. Der Bürgermeister ist weg. Der Herr ist gestorben, leider. Herr, der Herr ist weg. Allah, er haben wir den wissen. Äh... Alter. Boah. Ne, die sterben, muss ich einfach abbauen. Ich hab keine... Ich hab keine... Also die zu töten, nutzt es sich eigentlich. Ja, die kann man noch töten, aber diese anderen Typen da, die mit diesem einen Auge, die nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte. So, wo ist die Tür nochmal zum... Die müsste hier vorne sein. Guck mal, sie sehen auch ein bisschen anders aus, ne? Ja, ich finde das voll cool hier. Das ist das einzige, was ich an dieser Welt bisher mag, wenn ich ehrlich bin. Dass die so anders aussehen. Magst du die Welt sonst nicht? Bis jetzt gefällt sie mir nicht so. Also dieses Dunkelfeeling ist alles schön und gut und so, aber ich weiß nicht. Ich geh da jetzt einfach rein. Kein Bock. So, hier war das doch, ne? Ja, das ist es. Hier geht's. Hier geht's. Diesmal ist es sicher, dass es funktioniert. Immer diese kleinen Rucke. Oh, ich hasse diese Kinder. Diese Kühleinhandlungen haben meine Arbeit gestohlen. Jetzt müssen wir die suchen gehen, oder was? Spielen die es mit uns verstecken? Ja, du wirst gleich sehen. Oh Gott, ich sowas hasse, ne? Warum macht man sowas? Wir haben sie verloren. Zero. Okay. Aha. Und jetzt? Die kennen wir auch noch, ne? Und die sehen woanders aus. Ah, Brutal, hast du gelernt. Das ist Brutal, du hast jetzt hier. Brutal an. Oh, du, aber das war aber witzig von dir. Die gehen zwanzig sogar. Ja, wird das erwartet. Aua. Vergiss dich auch mal voll reinzusetzen, weil das auch nicht. Eine Menge Schaden eigentlich gemacht. Ich schau, warum? Ich kämpfe irgendwie nicht so mit Magien. Warum auch immer. Brum, Brum. Brum. So. Barsaka, das ist brutal. Vernichtende Abschlussheap nach Combo. Ähm. Ach, Mann. Da oben brauchst du eigentlich alle, ne? Ja, die vier, die brauche ich immer. Ja, wir müssen warten, bis er nochmal mehr AP kriegt. Äh, wohin jetzt nochmal? Da lang. Da lang. Rechts, hinten, da. Nein, links, 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 links. Nicht da rein. Da lang. Der Hund ist ja da rübergegangen. Wieso greifen die Herzlosen nicht den Hund an? Der ist durchsichtig. Den sehe ich wahrscheinlich gar nicht erst. Hm. Das ist keine Entschuldigung. Ja, ich hasse es durch die Aufgabenstücke. Okay, wir müssen jetzt da lang. Wir haben ja Feuer sowieso gerade. Ja, guck, das Ding ist nur noch da. Man hat sowas schon mal gesehen, ey. Ich glaub nicht. Aber verschwindet der? Die verschwindet die unnötig. Du hast doch, äh, vergisst den. Zauber nicht. Sag, bitte schlag den. Alter, wie viele Tech-Punkte die geben, ne? Das ist ja echt krass. Die fliegenden Dinger muss auf jeden Fall killen, weil die geben echt gute Erfahrungspunkte. Komm, komm, komm! Wir gehen! Wir gehen! Naja. Dann hört der halt die Controllergeräusche auch oft, ne? Dagegen kann ich ja nichts machen. Da ist es halt so, mein Freund. Nicht, nein. Da, das Dinger. Das haben wir aktiviert, so gesehen. Ich weiß echt nicht, was ich bisher von der Welt halten soll. Ne, das ist ja noch der Anfang der Welt. Ne, auf die Scheiße. Ich weiß nicht, auf die wäre jetzt kein Bock. Und jetzt? Die waren noch auch hier. Man muss sich die killen. Bitte nicht. Mann, auf den Feier, schnell! Du hast zu wenig Leben. Kann nichts gegen die jetzt machen? Ne. Das ist ja voll lame. Der war nicht schlecht zurück. Kann sich drücken, und da ist es los. Bein Arm ist direkt. Das ist voll. Das macht keinen Schaden. Wieso machst du das? Ich drück Dreieck, damit die, äh, meine Freunde sie analysieren. Das war jetzt, bitte töte den. Are you serious? Jetzt mal ohne Scheiß. Geh dich um. Bitte nicht. Bitte töte ihn. Oh Gott. Die regen echt auf, ne? Ihr Gift, äh. Dreh dich um. Der andere ist wieder normal. Der ist schon tot. Er hat auch nicht viel Leben. Jack ist auch koh. Oh, was haben die? Die Fiecher uns gekillt haben. Bitte, verwandel dich einfach zurück. So, und jetzt? Die sind doch hier langgegangen. Kannst du hier mal rüberspringen? Ne, es geht nicht. Guck dich mal ein bisschen um, vielleicht finden wir hier irgendwas. Vielleicht hat es irgendwas mit diesen komischen Kürbissen hier auf sich, die explodieren. Gar, glaube ich nicht. Das war die andere Plattform, ne? Mit der wir hergekommen sind. Ich mach mal alle kaputt. Vielleicht gibt es hier, ah, waren wir da schon fest verschlossen? Okay. Hast du noch gute Erinnerungen an diese Welt? Na, nicht so richtig. Was? Ach, warte mal, wenn das fest verschlossen ist. Vielleicht muss ich einfach so einen Kürbis dagegen werfen, der muss explodieren. Na, ich... Keine Ahnung, versuch mal. Na, ich hab jetzt alle Kürbisse kaputt gemacht. Ja, ist das ein Triotech? Wer weiß es? Na, ich muss mal kurz den Raum verlassen und wieder herkommen. Du musst dann gleich die Herzlosen killen, oder ne? Ach, weil ich zweimal den Raum verlassen hab? Nee, weil jetzt die normalen Herzlosen kommen. Heil dich lieber. Äh, war das knapp, ne? Oh, nein! Ah, Donald. Danke, Donald. Der gibt viel... Äh, wenn ich auf ihn zuhauen will. Der gibt viel... Mensch, ich will doch nur etwas ausprobieren. Verpisst euch doch einfach mal. Wie bleibst du dir das Haus nicht ab? Und sonst... So, warte. Wo war jetzt die Tür? Hör auf, das anzuvisieren. Wo war jetzt die Tür? Da. Einmal schlagen. Oder wirf jetzt erstmal draufgenommen. Schlafen. Danke. Und ich dachte, es hätte funktioniert. Hm. Ey. Hängen wir jetzt wirklich fest? Ah, was tust du denn? Klar. Ja, klar. Ja, und jetzt? Ja, natürlich. Oh, Mann. Ich dachte gerade echt, wir fangen jetzt fest und fangen wir weiter. Boah, wie viel Leben der hat. Schlafen wir mal. Kannst du schlagen? Ja, er springt ganz dumm rum. Er ist weg. Ich glaube, das war so ein Event oder so. Ja, aber er ist noch hier, weil der Kampf ist noch da. Hä? Ne, jetzt. Guck. Hä? Das leuchtet immer noch rot. Also, der ist hier irgendwo. Da. Ist das Gift? Nein, ne? Hä? Ich kann ihm nicht schaden. Der nimmt keinen Schaden. Jetzt sei weg. Ich würde gerne die Truhe eröffnen, aber ich kann es nicht, wenn hier die ganze... Alter, wie viele von denen! So ein Tick. Ja. Ja, und er hat ein bisschen Leben verloren. Ach, wenn er oben fliegt und du ihn schlägst, dann... ... verliert er Leben. Das ist wie so ein... ... ähm... ... Rätsel. Naja, ich will ja erstmal die... Fliregummi. ... die Welt hier schaffen und dann... Wir kommen ja später eh wieder hierher. Hm. Oh! Ja! Aber er konnte da kurz stehen. Hm. Also, die Truhe hole ich mir auf jeden Fall. Ja! Okay. Schutzengel. Hier haben wir doch noch eine Truhe, ne? Hinten. Genau da. Wie gut. Fäll. Wie findest du die Mucke eigentlich hier? Es geht. Bitte spring einfach nur... ... Mann! Warte mal. Das kann man jetzt nicht so angehen, dass ich hier... ... die Truhe kriege. Springen lieber nicht von da. Guck mal da unten, das blöde Ding da. Was? Das ist so... ... da. Ja, mach doch soo... ... das hat so geklappt. Mädchen. Und das ist nur für scheiß Gummi, Mann. So, da unten war jetzt auch ne Lücke. Da kann man auch rein. Bitte da wegschauen. Ich weiß nicht, Mann. Ich fühle mich nicht so an, dass ich mich gefühlt fühle mich daran fühle mich. Oogie Boogie ist gut. Wer ist dieser Oogie Boogie, Mann? Ist das... Haben wir den schon mal... Oh Gott. Ich wusste, Oogie Boogie war dahin. Du kannst hier sogar runterspringen, ne? Ey, was hat der für ne Festung, bitte? Sprung mal runter. Sprung runter. Runter. Oh mein Gott. Alter. Was hat der bitte für ne Festung, ey? Ist ja richtig krass. Hat er sich ne langen Zeit aufgeworfen? Oh Diggi. Oh Diggi. Wenn solche kleinen Linger nicht killen, ne? Ist doch schon peinlich, ey. Ah, ich glaub, die Toilette bringt dich hoch. Toilette. Such... Guck dich noch mal ein bisschen umher. Irgendwas müsste noch sein. Boah, ich mag diese Welt nicht, ey. Ich hab voll den Hass auf die Welt gerade. Aber der Hass hat sich gerade in diesem Part entwickelt, irgendwie. Im letzten Part mochte ich das noch. Also, ich mochte, aber da war's mir irgendwie egal. Aber jetzt? Dabei lebe ich eigentlich solche Gruselwelten. Aha. Ach, wir haben Bluefin nicht dabei. Ich weiß nicht, ob ich das noch auswechseln. Glaubst du, hier ist ein Speicherpunkt? I don't know. Oh, genau. Beginnen wir später. Ah, da ist ne Truhe. Äh, soll wir ne Party irgendwo beenden? Ja, aber lasst ihn einfach, lasst euch mal die killen und danach beenden wir den Part. Ähm, okay, Leute. Bleibt clean. Passt gut auf euch auf. Und tschüss. Tschüssi. Passt gut auf euch 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 Untertitelung des ZDF, 2020